Heute machen wir 2 und 16 Lappen. Heute machen wir das Kompletto Boulette, 3 auf Super-D, eine auf Rot und eine auf Schwarz. Machen wir heute. Dann machen wir 3 auf Rot, 3 auf Rot, 6 auf Pesche, 4 auf Rot. Und dann machen wir gleich 2 und 16 Lappen im Klassen. Ich gebe mir die Hälfte ab und ich hole eine Flasche Sex. Shampoos für alle. Bis dahin machen wir es heute. Das stimmt, machen wir es mit der Pappe. Ich probiere mal gleich mit dem Lappen an. Edenschen? Oh Mann, bitte. Bitte. Foto. Ich glaube, da bringt es nichts. Wenn es drauf fällt, fällt es drauf. Bitte nicht. Jetzt machst du aber noch ein bisschen so, dass es mittig ist. Na, das ist klar. 6 Stück fehlen? Kann nicht sein. Wie viele sind 28 mal 7? 196. Hier liegt einer. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es können nicht 6 weg sein. Wir hätten es doch noch können. 28 mal 7. 196, ja. Wie viele habt ihr da jetzt liegen? Da liegen noch keine doppelt. Würde ich jetzt mal so sagen. Bist du sicher, dass du so viel ausgedruckt hast? Ja, ich glaube genau das waren 16. Ausgedruckt. Nee, wir hatten keinen Weg geschmissen. Wir haben so viele Mühle uns gemacht. Und du saß hier und es hat immer Müll und Schein getrennt. Erst mal das abnehmen, sagst du was? Gern. Foto? Alles klar? Fangen gleich. Wollen du? Naja. Nimm einen anderen Winger. Tschüss. Naja. Video Dreh. Las Vegas. Ich weiß nicht welcher Tag. Ich glaube es ist ja der Jahrzehnte. So, wir machen heute Ristan. Gestern haben wir in Las Vegas gemacht. Ich mache kurz die Leidshow an. Lass da jetzt. Check die Bar aus. No one. Nix. Molle. Sekt. Dippen. Jörg. Träger. Ey, das ist... Man geht mich doch an. Ja, genau. Cut. Ja. Ey, das ist meine Bitch. Ey, das ist meine Bitch, Alter. Das ist meine Bitch. Ey, das muss man nicht sein. Ein richtig rieses Vorbild, ey. Was? Jötenarmt. Sorry, Leute. Warum kommst du denn wieder zu spät? Tagchen. Weißt du was? Ich hab's einfach verwinselt. Was? Dann meinte ich... Dachte ich... Oder ich hab's zumindest geträumt wahrscheinlich. Was? Dass ich dann gesagt hab, okay, dann machen wir sieben. Boah. Dann dachte ich, na geil, wie soll das? Bist du zu früh? Scheiße, ey. Ja, jetzt brauchen wir erstmal... Wir werden natürlich die erste Überlegung, wie sieht die Nummer 1 Szene überhaupt aus? Nehmen wir mal die Legfort-Kabino in der Mitte. Legfort in der Mitte? Ja. Was hältst du das noch? Was? Was haben wir jetzt denn gesagt? Legitim. Vollkommen legitim. Weiter, 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 weiter. Ne, nicht so weit. So? Ja. So? Ja. So. Kleines. Nehmen wir alle hoch. So. Nicht aus. Viel zu wenig oben. Ganz geil. Und da können wir die... Genau, genau. Den macht er gut. Mein absoluter Fabric ist... Platz mit der Sack. Du bist heute mal der Boss, okay? Ja. Drücken. Mein absoluter Fabric ist... Junge. Kann ich mal jetzt sagen. Der Drops. Der ist noch nicht gelöscht. Falsch. Nee, ja. Mach gut. Hier habt ihr... Wie wir sehen... Kannst du doch den Rocker drehen. Krass ey, wie schnell das alle geht, ne? Ja. Hier auch. Hat man mal zwei Tage den Akku... All tight on, da ist der Ding schon alle. Ja. Das ist die Kamera drauf. Hä? Kann man drauf. Hier noch immer zu trinken, den gehört mir was. Physik. Ja, sag mal. Los jetzt mal. Hier. Ausschneiden. Können wir auch noch machen heute. Lustige Bastelstunde. Was macht ihr damit mit deinem Cash? Mann, Löwenzahn-Styles. Also das ist die Straße gezeigt und dann wird sich überall so die Zollhasse auswachsen. Zu handwerklich begabt. Tschüss. Also wir brauchen... Hier. Ich wollte noch mal eine Schere. Jetzt müsstest du darauf sehen. Guck mal. Samuel, der Lachs, war ja gut. Also... Machen wir den jetzt. Was ist das für die Rötte? Das sind wir uns vereinig. Und dafür klebe ich jetzt erstmal hier ein paar Klebestellen. Der sitzt, der ist ab. Der ist offen. Cool, oder? Und wenn die nächste, wie kriegst du heute? Boah. Ich brauche... Jogdreger. Übergeile System einfach. Guck sie an. Warte, musst du an. Okay, das ist noch nicht perfekt. Warte mal. Ich brauche das mal. Warte mal. Uff. 行. Ich brauche das mal. Nein. Töne. Ziemlich geil, ziemlich geil, aber es ist ja sehr falsch rum, die Schrift wäre natürlich cooler als der anderen Seite. Das ist eine Klasse, das ist ja gut. Vielen Dank.